Ja, wir haben sie befreit, jetzt mussten wir irgendwo weiter rüber, genau. Hier, ah, hier. Oh, Terrarion, Chris, dankeschön für 25 Monate, Feuri, Miri. Feuri, Jo, dankeschön. Feuri, Miri. Hier ist eine Kiste direkt auf dem Weg. Wer tut denn sowas? Oh, Salbe Plus. Nice. Jetzt. Wer? Was? Um was geht es? Ich habe keiner. Er will nur alleingelassen werden, aber wir kämpfen jetzt. Ah, okay. Warte, bevor hast du Lust auf meinen Temtem-Kampf? Wirklich ein Kampf? Klar. Okay. Äh, der hat nur ein Pokémon, aber es ist Level 18. Äh, ein Pokémon, ein Temtem. Ein Temtem. Verwirrend. Eif. Er hat mein Armes. Kinn gehaken. Ja, aber wenn du halt jetzt wechselst, dann haben wir eine Nullrunde, weil er mich jetzt wegmacht. Ja, ja. Du kannst doch mit Escape zurück, oder nicht? Oberhaftig? Was? Man kann doch Sachen wieder abbrechen? Oh, what? Weil Pokémon ist eingeloggt, eingeloggt. Oh, nice. Auch nicht unbedingt. Ja, toll. Ja, aber sonst hätten wir jetzt eine Nullrunde, in der keiner angreift. Wobei, warte, mein Start als Pflanze und seiner als Feuer Start als... Nee, nee. Nee, seiner ist nicht Feuer, seiner ist Kampf oder was auch immer. Okay. Pritz-Louis hat's erledigt. Auf Pritz-Louis kann man sich verlassen. Äh, hier, was hab ich denn? Scharfe Blätter. Ich hab fliehen gedrückt. Jemand hört davon. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Platz. Entschuldigung. Ich wollte niemals einen Platz wegnehmen. Aber das ist sein Platz, halt. Pritz-Louis geht wahrscheinlich auf das fliegende Ding. Ich weiß nicht, ob das effektiv ist. Keine Ahnung. Okay. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Ist nämlich, glaube ich, nur Natur und nicht fliegend. Au, aber es ist effektiv gegen mich. Das muss irgendwas seltsames sein, weil es ja auch effektiv ist gegen Pflanze. Das ist ja auf jeden Fall nicht Feuer. Ich verstehe das System sowieso noch nicht hundertprozentig. Au. Das ist eine scheiß Unlichtattacke. Aua. Oder wie auch immer man diese drei Punkte nennen soll. Oder Gift. Oder whatever. Ist das nicht Gift? Yay, Pritz-Louis kriegt eine neue Attacke. Das ist die wenigstens gut. Ah, das ist scheiße. Das ist Kettenblitz. Es ist eigentlich ein Sith. Pritz-Louis ist ein Sith. Aber Kettenblitz sollte das nicht alle angreifen? Au. Was ist jetzt passiert? Hattest du mich getroffen? Hups. Hups an dieser Stelle. Hast du mich gerade geketten und geblitzt? Was ist gerade einfach passiert? Ich glaube, wir müssen erst mal heilen gehen, Pritz-Louis. Ja, ich glaube auch. Das ist auf jeden Fall effektiv. Das haben wir schon mal gelernt. Bei Tem-Essence ist auch leer. Bei mir. Ich glaube, die haben wir nämlich schon eingesetzt. Ja, haben wir auch schon. Die richtige Antwort wäre, du hast recht, Teufels-Dämon. Äh, nein. Nein. Dann laufen wir zurück. Lohnt sich dir die 30 Euro dafür? Für das Spiel? Ähm. Endlich kommt Hilfe. Wo kommt der her? Woher kommt der? Oh nein. Also, Terrarion, ich finde, die 30 Euro lohnen sich bisher schon, ja. Ich kann jetzt nicht sagen, das würde mir keinen Spaß machen oder so. Ja. Fühlt ist eigentlich ganz witzig. Ich finde es auch cool, dass man das vor allen Dingen im Multiplayer-Markern kann. Das Ganze macht natürlich besonders viel Spaß. Das ist Level 19. Ich hoffe, du hast noch ein Tem-Tem. Du kacke, gut, dass es vergiftet ist. Hustet sich jetzt für eine Runde? Läuft echt gut bei uns. Ich dachte, wir hätten den schon besiegt, ehrlich gesagt. Komm, das muss ich jetzt töten, sonst habe ich ein Problem. Yes! Ja! Du hast es geschafft. Und ich habe gedacht, da ist einer und der wollte mit mir kämpfen. Und die hat, haha. Ja, da könnt ihr jetzt Britzel-Britzel-Gelder ganz gut reinhauen. Äh, unten. Ha. Ja, Wasser-Punkt, Wasser-Tem-Tem ist jetzt nicht unbedingt die beste Wahl hier in dem Dungeon im Moment. Ja, Tacke ist einfach OP. Ach, du meine Güte. Mann. Guck dir das mal an. Aber das macht doch mehr als deren Hälfte von Kampftkraft weg. Das stimmt allerdings. Guck mal, ich glaube, wir haben nichts Effektives. Oh, du bist so langsam. Scheiß Kacke. Äh, Kaku. Entschuldigung. Ich habe seinen echten Namen gesagt. Das Ding ist aber auch einfach Rotz. Es ist nicht Rotz. Guck mal, es ist Tenky-Gelder. Es ist viel zu langsam. Mein Pokémon hätte überlebt, wenn es ein bisschen schneller wäre als gar nicht schnell. Mein Pokémon, mein Temtem. Es tut mir leid. Du willst fies, es ist halt nicht auf Speed aufgelegt. Was ist Spazi? Was ist das? Was zum... Außer unheimlich. Ein Gerübsding. Oh nein, das ist Elektro. Es hat mich... Es. ...geonshottet. Scheiße. Warum eigentlich die ganze Zeit nicht das beknackte Saku, hä? Warum immer nur meine? Ja. Alle down. Da kannst du eins von meinen einwechseln, oder? Nein, kann ich nicht. Ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Okay. Saku regelt. Pass auf. Wieso steht da, warte auf Irin, Mann? Kannst du irgendwas machen? Nein. Interessant. Okay, also ist mein Pflanzending auf jeden Fall effektiv gegen Elektro. Oh, du bist gut. Vielleicht hätte ich dich nicht überfallen sollen. Ah. Ach. Wäre nett gewesen. Hätte Miris Team noch überlebt. Ja, vor allem nur auf meine drauf, ne? Der hat so ein cooles Temtem. Oh, ein Dragorand. Dragonier. Dragonier. Kommst du vom Dojo? Ja. Ich hoffe es. Aha. Zeig mir, dass du Kämpfe gelernt hast. Mal gucken. Nein, wir waren doch gar nicht im Dojo. Wir kommen nicht vom Dojo. Erzähl doch nicht solche Lügen, Belui. Wenn er so dumme Fragen stellt. Die denken, wir sind stark deswegen. Aber das stimmt gar nicht. Doch, doch. Wir sind stark. Er hat vier Temtem. Die haben auch vor allen Dingen, obwohl wir hier ganz am Anfang sind, alle so mega viele Pokémon, äh, Temtems dabei. Nicht immer nur zwei oder so. Oder eins, wie die das in... Und vor allem sind die sau stark, obwohl sie vom Level gleich sind, wie wir oder drunter. Und ich verstehe es nicht. Du Kacke. Tja. Läuft gut. Sehr gut. Oh. Oh, tu wei. Tu wei, u, wei, u. Oh, mein Lieblings-Temtem raus. Nein, nicht Kaku. Der ist Saku und es ist ein gutes Temtem. Sein Name ist Dojo-Retter. Aber warum? Oh, was hat der denn nochmal so eins? Ich gehe da wieder drauf? Ja, bitte. So langsam ist das aber, ähm, fies. Nein. Du könntest also wirklich vom Dojo kommen. Ja. Ja, wir waren... Wir standen halt davor, aber... Ja. Okay. Hier ist gleich der nächste Kampf. Ja. Ah, hier bist du, du Schurke, der unsere mächtige Armee herausrollert. Ich bin's. Ja, ich bin Miri. Ich bin's. Feuio, ich bin's. Mirio. Oh nein. Sie hat keine Chance. Sie hat doppelt Fritz-Louis. Der doppelte Fritz-Louis. Der doppelte Fritz-Louis. Oh, die ist auch nur Level 10. Das ist schon beim ersten Mal. Fritz. Weg, Fritz-Louis. Wenn ich bloß zwei Temtems gehabt hätte. Ja, ähm. Der hat auch nur 54... Was war das? Ein Anfänger bei denen in den Reihen? Ja, anscheinend. Oh nein. Jetzt kommt die Siegesstraße. Die Siegesstraße. Guck mal, jetzt kommt die ganze Zeit... Nicht Siegesstraße. Das hier, diese blöde Brücke, wo alle nacheinander kommen. Äh, ja, ein Smeiner-Temtem ist schon entwickelt. Das, das, das... Naturding, das, das fliegende Vieh ist bei mir entwickelt. Ist aber trotzdem nicht stark. Deswegen hat es sich wahrscheinlich so schnell entwickelt. Habe ich die Befürchtung. Wir werden dich fertig machen. Mit nur einem Gang-Temtem. Die haben alle nur eins. Oh nein, ein Saku. Oh oh. Nein, uh. Oh nein. Warum geht er denn auf das? Das ist einfach nicht nett. Ich hatte irgendwie erwartet, du würdest es austauschen, aber... Ja, ich dachte, du machst das ein bisschen schneller weg. Aber deins ist ja auch nur Level 10. Ja. Oh, komm mal. So sollte es nicht ändern. Das ist traurig. Ich werde dich ganz allein besiegen. Ich denke nicht. Aber sicher doch. Ja, fein Witz. Warum? Du bist ungefähr der vierte Erstversuch. Ich bin besser als sie. Okay. Aha. Oh, süß. Tschüss. Soweit ich weiß, bin ich dagegen effektiv. Ja. Beifach. Oh, tschüss. Oh Mist. Ein guter Kommentar. Oh, da ist gleich der Nächste. Den habe ich nicht gesehen. Leute, helf mir, Leute. Leute, Leute. Tut mir leid. Wir sollten noch... Du hast kein... Hä? Du hast kein Team mehr übrig. Ich werde das genießen. Ja. Leute. Iriman. Oh, was ist das? Oh, sch. Die Entwicklung von dem Fuchs, würde ich sagen. Oder? Okay. Ja, ich fürchte auch irgendwie. Der sieht aber krass aus. Ja, er hat Sandspritzer. Also ja. Hä? Wie der sieht krass aus? Das ist die Anfangszeit. Achso, du meinst, weil es die Entwicklung ist. Na klar ist das die Entwicklung. Sieht man doch. Ja, ja. Okay. Aber er ist nicht so stark. Können wir schwächer sein. Auf Wiedersehen, Eichhörnchen. Oder was auch immer du bist. Oder Marder. Oder was auch immer das sein soll. Nein. Nein. Das muss ich erst mal heilen. Beleber. Beleber. Du hast Wasserman wieder belebt. Hörnchen. Ach, Valoo ist schon weitergegangen. Nein. Ich stand wieder nur. Du hast wieder ein Random. Möchtest du? Lass es uns einfach töten. Oh nein. Es ist effektiv gegen uns. Lass uns wegrennen. So, weggerannt. Wir sind los nur zu Tode. Hallo? Kisten zwei. Nein. Doch keine Kisten. Es ist ein Eichhörnchen. Es lohnt sich gar nicht selber Pokémon zu fangen. Äh, Temtem zu fangen. Weil die irgendwie gar nicht hinterher kommen mit Leveln. Nee, ne? Obwohl wir alle Trainerkämpfe machen. Wir sind oben. Gibt es hier eine Heilstation? Ich fürchte nein. Ich fürchte auch nein. Oh, da steht sie. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit.